Ich muss gerade sauber machen mit anderen Doppel. Wir lagen hier mit dem Punkt. Seinen ganzen Kopf auf meine Hand, auf meine Arm so. Nur als ob ich kuscheln würde. Ich einfach so ruckab schochen, weggezogen. Zack, Kopf nicht auf dem Boden. Er schläft weiter. Auf, stopp, stopp mal. Irgendwas kommt los. Ja. Wir sind auch mal mit Adidas. Nachdem wir rüber geräumt. Das ist echt. So wie du bei mir glaube ich. Aber komm.